Dieter Max Arnold Martin Ranspach ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Der Sohn eines Verlags Kaufmanns besuchte nach dem Gymnasialabschluss die Schauspielschule des Häppel-Theaters in Berlin, wo er 1947 in der Komödie Sophie Nunn von Helmut Weiß und Fritz von Wötke sein Bühn-Debüt gab. In den Folgejahren spielte er an zahlreichen Theatern in Berlin, zunächst im Rollenfach des Jugendlichen Liebhabers und Bonn-Vivants, später als Charakterdarsteller. Ab 1954 war Dieter Ranspach Mitglied der staatlichen Schauspielbühnen Berlin. 1971 wurde er für seine künstlerischen Verdienste zum Berliner Staatsschauspieler ernannt. 1953 gab Dieter Ranspach in der Märchenproduktion Die Prinzessin und der Schweinhirt sein Spielfilm-Debüt. In vielen Quellen wird sein Name als Mitwirkender in diesem Film mit Dieter Ranspach falsch angegeben. Zu seinen wenigen Film- und Fernsehauftritten gehörten die Krimiserie Gesucht wird Mörder X. Das Fernsehspiel Die falschen Nasen nach schien Paul Sartre, die Goethe-Inszenierung Clavigo und die Filmkomödie Erste Mama nicht fabelhaft. Nach einer Vorlage von Barbara Noack, häufig spielte er unter der Regie von Peter Bove. Einem breiten Publikum wurde seine Synchronarbeit bekannt. Mit seiner hohen und distinguierten Sprechweise synchronisierte er auf pedantische und leicht versnobte Charaktere und lieh seine Stimme U.A.R. John Maoni, Jonathan Cecil, James Fox, Helmut Berger, Ian M.C. Diamet sowie den Anwalt Douglas Brackmann in der US-amerikanischen Fernsehserie L.A.R. Daneben arbeitete Ranspach ab 1948 auch umfangreich als Sprecher für Hörfunksendungen beim RIAS und beim NWDR. Filmografie, 1953, Die Prinzessin und der Schweinehirt, 1955, Die falschen Nasen, 1957, Victoria, 1958, Erste Mama nicht fabelhaft, 1959, Gesucht wird Mörder X, 1962, Schönes Wochenende, 1964, Clavigo.